Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Und zwar dreht sich heute unsere Folge Rap Talk wieder mal um den Rapper Mero. Mero hat in der Türkei einige Sympathisanten, würde man so sagen, ja. Die Popmusikerin Hadise hat den Rapper Mero wieder mal in ihrer Story erwähnt und sein Rap-Stil gefällt der Popsängerin dem Anschein nach ziemlich gut. Somit könnte man sich vielleicht eventuell in naher Zukunft vielleicht ein Feature mit den beiden vorstellen. Wäre cool mal ein Feature aus internationaler Sicht zu bekommen. Jetzt nichts amerikanisches oder französisches, sondern vielleicht mal aus der Türkei. Wäre natürlich mal eine coole Option. Ich blende euch mal kurz den Videoclip ein, Freunde. Dann könnt ihr euch mal selber einen Blick von machen. Wie findet ihr das, Freunde, dass ein Rapper aus Deutschland in der Türkei gefeiert wird? Findet ihr das cool oder nicht? Schreibt es ihm unten in die Kommentare, Freunde. Das war es mit unserem Thema. Ich danke euch fürs Einschalten und bleibt frisch und sauber. Peace out! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.